Ich kann nicht verstecken, dass es heiß ist. Ich kann nicht verstecken, dass die Frauen hübsch sind. Ich kann nicht verstecken, dass ich ein bisschen geil bin. Shirin ist crazy. Hätte ich nicht erwartet. Du schaust sie an, so eine zierliche, jüngere und dann geht die da auf den Tisch und fasst inzwischen die Beine und die will ja wirklich den da vernaschen. Tiramisu ist eine große Überraschung. Das war echt heiß. Unsere Paare wurden sowas von auf die Probe gestellt. Noch mehr Versuchungen gibt es hier und ihr habt die Folge noch nicht gesehen, dann klickt ganz schnell hier.